Hallo und willkommen zurück zu Digimon Rumble Arena! Das letzte Mal hatte ich mit Vemon den 1-Spieler-Modus durchgespielt und auch geschafft. Und es lief relativ ganz gut. Heute kommt Gartumon, der letzte Standardcharakter. Digimon Rumble Arena! Und dann kommen endlich die Charakteren, die ich freigespielt habe. Es ist Imp-Mon, Reap-Mon, Black-War-Gray-Mon, Omni-Mon und Imperial-Dramon Paladin-Mode. Ihn weiß ich nicht. Aber erst mal kommt Gartumon. Ja, das wird jetzt Folge 17 und 18. Ja, dann sind es noch 5 oder 6 Charakteren. Lack-Teen. Also die Schumann ist langsam. Jetzt ist die Chance für Digi-Volle! Digi-Volution Das war mein Fehler. Versteht, sie nimmt alles anders und dann macht sie dir eine Attacke. Genau den wollte ich gerade nehmen. Da bin ich! Nein! Lol, nein, ich hab den zu spät gesehen. Hallo! Nein, du sollst dich doch nicht digitieren! Bist du bescheuert? Nein, sie sollen nach uns gehen und diese blöde Karte nehmen! Das war illegal! Das macht aber auch so schön schaden, sehe ich gerade. Das macht aber auch so schön schaden. Ey, was war das denn jetzt? Seit wann kann man durch eine Attacke gehen? Komm, ich hab zwei Gartumons. Ey, das war wieder so knapp dran, bevor die Zeit abgelaufen ist. Sehen wir, das war wieder. Ska-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch-Tsch! Du gewinnen! Ready? Reaktieren? Ramon... ... ... ... Tschüss! Das ist eigentlich Draymond, aber ich habe Siegemon aus Menschheit 0.1 lange nicht mehr angeguckt. Deswegen weiß ich jetzt nicht mal ungefähr genau, wie der Spruch ging. Ich glaube, Ultra-Digitation war das, glaube ich. Jetzt auf einmal klappt es? Nein, ich bin voll ins Feuer. Läuft. Ich dachte, wir wären richtig großartig. Lol. Argumon, sag doch Bescheid, dass du nicht mehr leben willst. Ich helfe dir gerne dabei. Das sieht aus mit Argumon. Ja, na klar. Seit wann kann man während deiner Attacke eingreifen? Oder war er wirklich so in der Nähe, dass er mit einem Schlag angreifen konnte? Der war gut. Aber das war jetzt dein Ende. Mr. Warg Raymon. Curry, I won! You win! Curry, I won! Sagt man wirklich Curry? Auf Englisch Curry? Gilmon! Ready? Rumble! Übrigens fällt mir gerade ein, hier im Spiel sieht er ein bisschen kleiner aus. Also wenn er... Die... Wenn er so steht, sieht er auch voll kleiner aus. Oh, Heilung! Oh, Heilung! Und... Nein, 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 nein. Das ist meiner. Die Schokolade war leider schon weg. Eigentlich ist es ein sehr, sehr guter Kombo. zar zoz. Das hat sich gerade der Attacke heilt. Oder hat er... Ja, na klar. Und seine Attacke zielt? Und seine nicht mehr? Toll, Gilmon. Weil du mich jetzt angegriffen hast, hast du es jetzt kaputt gemacht. Oh, die Musik. Was? Hat er gerade Sorry to Gartumon gesagt? Nein, er dekettiert sich. Ah! Digivolution. Oh, Crap. Digivolution. Du hast doch schon die Karte bekommen. Digivolution. Ich bin kein Problem. Dank. Dank. Nein! Nein, ich weiß nicht, ich kann die Spitätshacke machen! Danke! 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 Nein! Ja! Ich geh- Alter, es war gerade bei 0.00 Sekunden! Und ich habe mich nur besicht! Du wirst gewinnen! Ich habe gedacht, die werden schon leer. Geht, komm! Wird sie denn? Du wirst was haltest. Wird sie denn? Nimmst du? Wird sie? Hey! Wie kann er mich nicht schon noch getroffen haben? Ja, na klar! Ja... Vor allem, die müssen sich doch gleichzeitig also sich selber treffen, also... Wieso kriege ich nur einen Schaden und der nicht? LOL Passiert, ne? Corry, I won! You win! Ready? Rumble! Rumble! Ich dachte, ich habe irgendwas gesehen! Oder ist es den Moment weggegangen? Ja, wir wollen sie gehen! Rumble! 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 Oh, 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 oh! Achso, die können sich doch noch da bewegen. Ich dachte, es ist so wie bei Wemon und und und. Bei wem war es noch? Ich glaube, bei Arenamon war das wahr? Dass die Feinde sich dem Moment nicht bewegen können. Also Basketball. So lange es nicht dieses komische Punkte-Blöde-Ding ist, ist mir alles relativ wurscht. Krieg-Raumon. Ready? Rumble. Ja, Mann, wieso bin ich jetzt so schlecht? Ich glaube, ich verliere diesmal. Komisch, dass meiner nicht gezählt hat. Was? Wieso hat der jetzt nicht gezählt? Hallo? Alter, wie ist das erstmal betrübt? So, jetzt kämpfen zwei weibliche Digimon. Okay, bei Arenamon kann man sich zanken. купigen. Dank mir einfach, dass es im nüschklingt. D Stopp! Stopp! LOL Stopp! 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 Das kannst du gerne haben! Oh, die Karte ist weg! NAAAAAAAAN! Du blödes Teil! Ich werde gerade die Spezialattacke verwenden! Nein! Nein! Ich vergesse das jedes Mal! Haha! Perfekt da rein! Ich wollte gerade sagen, bis jetzt wirklich so dämlich! Hohoho! Der war böse! LOL Hatsang! 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 Kari! Did you see? I won! You win! Ready? Rumble! Hatsang! 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 So, we'll be in alignment! It's okay! Alter, ist das jetzt wieder ein Betrug? Danke, dass du mich da reingefügt hast. Warum? Ja, na klar! Alter, was soll denn manchmal? Dieser Scheiß! Ohne Witz! Ohne Witz! Jetzt ist dein Scam! Digi-Voll! Digi-Volution! Manchmal werden angriffig meine Attacken, mich als getroffen gezählt und das war schlimm. Was soll denn? Ohne, ich spring doch da rein! Witz! Das, das ist aus! 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 Ja, man, was ... Digi-Voll! Digi-Volution! Witz! 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 ja, I'm sorry. Leider kein Ohr, aber wenigstens noch den vernichtet. Kann ich mal schon noch sehen? Nein, ja doch, ich möchte es noch sehen. Tschüss. Okay. Normalerweise bleiben die immer da unten, aber okay, gut.